ja die drei spiele sind vorbei zu ihnen kommt ein video und wir fangen mal an mit holstein kiel was ist msv dienstburg ich da ich verwandtschaften diesburg habe stehe zu den diesprogramm zum msv und ich bin 2-0 ganz trocken sie waren einfach 2-0 sie treffen in der 55. und 68. und durch diesen sieg haben sie vier punkte rückstand auf den relegationsplatz sprich zwei spiele vier punkte schwierig sind wir mal ehrlich aber es ist machbar duisburg sind für noch gegen heidenhain und hamburg also zwei top teams also sie brauchen top leistungen sind wir mal ganz ehrlich also die die kieler den störchen man so richtig ans bein gepisst haben ja auch schön zu sehen obwohl ich auch kiel mag in zwei liga sind viele geile teams sind wir mal ehrlich trotzdem kieler dadurch verdient verloren und dadurch haben die duisburger noch chancen gegen klassenerhalt klar zu machen dann haut rein auf geht's msv